Play on Pictures veröffentlichte im Zuge ihrer Western Al Arabiata Reihe bereits die Grausamen, der Mann aus Virginia, von Mann zu Mann sowie Friedhof ohne Kreuze. Nun folgt mit ein Halleluja für Spirito Santo bereits der fünfte Teil im quadratisch-praktisch-guten Format. In dem Italo-Western von 1972 geht es um ein paar mexikanische Bauern, die von den Truppen des Generals Ubate bedroht werden. Unter ihnen befindet sich auch Don Firmino Mendoza, der wie Ubate Ansprüche auf die mexikanische Präsidentschaft stellt. In letzter Sekunde wird dieser und seine hübsche Tochter von Spirito Santo gerettet, einem Pistolenschützen mit überirdischen Können, gekleidet in weißer Montur und begleitet von einer Taube. Während er von den Bauern als Heiliger verehrt wird, ist Spirito Santo jedoch nur an einer Schatzkarte interessiert und sucht den Eigentümer des fehlenden Stücks, um den Schatz im Fort des Generals Ubate zu finden. Und bevor wir mit ein Halleluja für Spirito Santo starten, haben wir hier nochmal ganz kurz die Übersicht über alle fünf Teile der Reihe der Western Al Arabiata-Reihe von Play on Pictures. Mal in der Übersicht, also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und wir starten jetzt dann mit ein Halleluja für Spirito Santo. Diesmal haben wir hier so ein helleres Lila, möchte ich mal sagen, als Grundton hier auf der Vorderseite der Box. Ansonsten ist es eigentlich wie immer gestaltet mit dem Rahmen, mit dieser glänzenden Veredelung sozusagen des Motivs vorne drauf. Hebt sich schön ab und vom Druck her ist das auch wie immer 1A. Passt auf jeden Fall. Schönes gemaltes Cover wieder. Das gefällt uns gut. Oben und an den Seiten haben wir dann noch die üblichen Hinweise, wie wir das eben von der Reihe her schon kennen. Dreht man das Ganze um, hat man hinten auf jeden Fall wie immer eine Inhaltsangabe. Dann eben den Hinweis, dass Giuliano Camineo, der mit Garko vorher mehrere Santana-Streifen drehte, hier ebenfalls Regie führte. Und das Ganze erinnert eben an die Spencer-Hill-Welle. Es gibt hier einige Jokes in Form von Bud Spencer und Terence Hill-Filmen. Es gibt auch sogar ein paar Nebendarsteller aus den Filmen. Das fand ich auch richtig witzig. Aber wenn dann so Sprüche fallen wie, Senior, sie schickt uns der Himmel und er dann nur so eiskalt, ja, und ich soll sie von Petrus grüßen, da kommt man definitiv schon mal ins Schmunzeln. Als Extras haben wir eben die italienische und die deutsche Schnittfassung hier mit draufstehen. Wir haben dann die einzelnen Passagen auf Italienisch mit deutschen Untertiteln. Das ist auch ganz witzig, denn der Film spielt ja in Mexiko. Und dann hast du da so Mexikaner, die italienisch reden mit deutschen Untertiteln dran. Also auch das ist natürlich witzig. Des Weiteren haben wir eben den deutschen Trailer am Start, einige Featuredts. Und dann gibt es natürlich noch eine Bildergalerie mit einigem Werbematerial. Außerdem haben wir hier noch ein Booklet mit Texten von Marco Koch und Lars Johansson sowie ein Poster enthalten. Also das kann sich sehen lassen. Bei den technischen Daten haben wir auf der Blu-ray eine Filmlänge von 94 Minuten stehen. Außerdem ein Tonformat PCM 2.0, Sprachhand, Deutsch, Italienisch, Englisch, Untertitel Deutsch. Soviel einmal zu den technischen Aspekten. Dann gucken wir uns einmal den Inhalt an, machen die Box eben auf. So, haben zum einen dann hier das Poster, eben mit diesem gemalten Artwork hier. Sehr, sehr schön. Also dann gucken wir uns erst einmal das Digi-Pack an, haben hier unseren Heiligen Geist sozusagen. Und das Ganze hat eine Sepia-Tonung, geht von der Vorderseite auf die Rückseite über, wie wir das von den anderen Veröffentlichungen her auch kennen. Und dann gucken wir uns noch die inneren Werte an. Hier wird die Farbstimmung eben vom Außenkarton nochmal mit aufgenommen. Finde ich gut. Hier haben wir zwei Motive, einmal links, einmal rechts. Das passt wunderbar. Hier die Blu-ray und daneben eben die DVD. Nimmt man das Ganze raus, sieht man, dass die Desk eben diesen Innenprint übernehmen. Zur Bildqualität lässt sich noch sagen, dass das Bild dem Alter entsprechend eigentlich sehr gut aussieht. Wir haben ein paar Verschmutzungen noch sichtbar. An einigen Stellen finde ich jetzt aber nicht störend. Passt auch eben zu so alten Westernstreifen. Natürlich haben wir auch etwas Körnung drin. Aber auch das passt natürlich zu so einem Film. Dann haben wir hier das Booklet dazu und schlagen das Ganze einmal auf. Es beginnt mit einem Text von Marco Koch und dem Hinweis, dass der Text Spoiler enthält. Außerdem haben wir hier dann einiges über die mexikanische Revolution und im Allgemeinen das Filmemachen zu der damaligen Zeit. Welche geschichtlichen Hintergründe das Ganze hat, welche kirchliche Aspekte man hier speziell bei dem Titel auch mit einbeziehen muss und auch politische Hintergründe, welche Anspielungen es hier gibt. Also sehr interessant mal wieder zu lesen. Absoluter Mehrwert auch dieses kleine Booklet. Und dann geht es weiter mit einem Textteil von Lars Johansson. Und dieser widmet sich dann dem Regisseur und dann eben seinen Hauptdarsteller. Die beiden haben ja einige gemeinsame Filme gedreht gehabt. Auch sehr bekannt eben die Sartana-Streifen. Und witzig ist natürlich dann auch, wenn man ins Portfolio von Garko guckt, welche Filme er abseits der Western-Streifen gedreht hat, wie Drei Schwedinnen in Oberbayern oder Dracula beißt jetzt in Oberbayern. Ja, da muss man natürlich auch schmunzeln, wenn man solche Titel liest. Also auch das wieder ein tolles Gimmick und absolut lesens- sowie sehenswert hier die ausländischen Plakate, belgisches Plakat, deutsches Plakat und Plakat Nr. 2. Und dann sind wir auch schon durch mit Nr. 5, der Western-Al-Arabiata-Reihe von Play on Pictures. Ein Halleluja für Spirito Santo.